Wie funktioniert eine Impfung gegen Viren? Bei einer aktiven Impfung werden Teile der Viren gespritzt. Das Immunsystem erkennt die neuartigen Eindringlinge und beginnt mit der Produktion von Antikörpern. Kommt es zur Ansteckung, können diese Antikörper das neue Virus bekämpfen. Bei einer passiven Impfung werden Antikörper, die man im Labor gewonnen hat, eingeimpft. Sie neutralisieren das Virus rasch, aber der Schutz hält nicht lange an. Allerdings kann so eine Impfung auch bereits Erkrankten helfen.